Ich bin jetzt in Griechenland und dabei ist Niklas. Und der kann sehr gut springen. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Artus Vlog. Mein Name ist Niksdaboy. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute hat Artur leider keine Stimme dabei. Die hat ihn nämlich in Berlin gelassen. Ich erzähle dich aber, was los ist. Bei Niksdaboy gibt es einen wesentlich besseren Vlog. Da sollst du die auf jeden Fall abonnieren. Deswegen klickt einfach mal auf den allerersten Link in der Beschreibung. Ja, hallo. Wir sind hier in Athen. In Athen in Griechenland. Hallo. Und wir machen hier abgefahrene Sachen. Erstmal danke Ubisoft. Hallo Ubisoft. Hallo Ubisoft. Hallo Ubisoft. Hi. Und wir gehen jetzt Assassin's Creed anspielen. Was? Wirklich? Wir gehen jetzt Assassin's Creed anspielen. Nein. Wir gehen jetzt Assassin's Creed anspielen. Und die nächsten Tage machen wir noch abgefahrene Sachen. Nein. Das glaubt ihr nicht. Aber die zeigen wir euch. Aber die zeigen wir euch. Wir haben jetzt die Präsentation gesehen. Und als erstes werden hier die echten Journalisten Sachen aufnehmen und Sachen machen. Und wir gehen jetzt aufs Dach. Und essen da was. Und trinken da was. Ich glaube das wird sehr sehr gut. Wo ist Niklas? Niklas. So Internets. Und jetzt dürfen wir selber mal anspielen hier. Wir haben circa eine Stunde Zeit. Los geht's Baby. Los geht's Baby. Und jetzt hören wir mal an. spielen auf der E3. Es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus und es bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Vielleicht ein paar zu viele. Ich weiß es noch nicht. Und jetzt werde ich noch Niklas ein bisschen nerven. Und als nächstes bin ich auch sehr, sehr gespannt, was es noch alles erwartet hier in Athen. Denn das Anspielen war nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also huuhuhuhu. Wir sind jetzt hier in einem botanischen Garten angekommen. In einem botanischen Wald. In einem botanischen Waldgarten und werden jetzt gleich tatsächlich anscheinend mit Vögel rumspielen. Ich bin ja relativ gut zu vögeln. Ja, Adler und so. Und ich habe auch gehört, du hast eine Drohne dabei, ne? Ich hatte eine Drohne dabei. Und manche Vögel sind anscheinend darauf trainiert, Drohnen zu zerstört, wurde uns gesagt. So, jetzt haben wir schon ein paar coole Vögel gesehen, ne? Aber was jetzt kommt, ist ein Adler, der trainiert ist, Drohnen zu fangen. Der trainiert ist, Drohnen zu fangen, falls Paparazzi mal rankommen, oder so, hat er uns erzählt. Sitzt da irgendwo rum mit diesem Adler, wartet kurz und dann schickt er ihn los. Niklas, jetzt wird der Adler rausgeholt. Jetzt wird der Adler rausgeholt. Der Adler ist noch nicht gelandet, aber er wird jetzt rausgeholt. Da war eine Wespe. Da wird jetzt Wurst dran gemacht, ne? Die Drohne ist bereit. Der Adler wird aus dem Fahrzeug geholt. Jetzt alle sind leicht angespannt. Ohne Pflegs. Das ist fired! Geht ihr? Geht ihr? Ja, jetzt perché. Geht ihr? Okay, der botanische Garten war schon sehr, sehr botanisch und sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir was essen. Und jetzt werden wir mit Bögen schießen. Und hier soll doch irgendwas anderes abgefahrenes sein. Was ist denn hier los? 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 Ja, ziemlich cool. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Diese Menschen haben sich gerade eingeölt und haben Sachen vor. Wie bringt das? Vielleicht könnte jemand Glück lassen. Hau! Hau! Hallo Mama, ich bin hier in Griechenland und es ist sehr schön. Ich habe gerade gewonnen hier im Kampf gegen die Leute und jetzt soll ich zu den Ladies übergehen. Oh, hallo! So, wir haben gegessen, wir haben gegessen und jetzt sollen wir... Was hat er gerade erzählt? Wir machen jetzt irgendwas mit Fein und Bogenschießen. Ich bin ganz schön gut. Bravo! 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 Niklas, ich mach dich fertig! Wir laufen jetzt gleich aufs Go, vor der Head. Wir nehmen so viele Pfeile mit, wie wir können. Laufen zurück und los geht's! Oh, mein Gott. Ich habe ihn gemacht! Hau! Holy shit! Wir haben ihn gemacht! Oh Gott! Musik Bis zum nächsten Mal.